Hallo Leute und jetzt wird ein Herrscherquick in einer Runde MB3 Team Deathmatch auf Hothat dabei ist der treue Begleiter FlirtlosTV Hallo Jetzt sagen die ein oder anderen Hälfte FlirtlosTV Treue Begleiter der ist das erste Mal dabei aber nein es ist ein Versprungerbilder hat sich nur umgenannt und Brownie würde ich jetzt auch sagen warum weil ich einen Kanal habe der Flirttipps macht und der heißt FlirtlosTV in YouTube und ja da mache ich auch ab und zu vielleicht mal mit boah genau Flirttipps und ja wird es auch einen Fragenfreitag geben wo wir eure Fragen bzw. eure Frage die ihr unter die Kommentare setzt beantworten genau so was tun wir und sonst geben wir euch in den Videos Flirttipps die ihr dann auch bei eurem Freundin anwenden könnt wenn ihr euch oder ein Mädchen liebt und hoffentlich sie auch dann als Freund denn kriegt genau so was tun wir und so ein Spaß mit Geistgelicht im Eliminator ich bin die ganze Zeit ein ganzes gegnerisches Team allein oder was und dann das macht keinen Spaß wo gammelt hier einer oben 3 Spass alleine gefickt Achtung Delta Team feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet Konterdrohne ist in der Luft gut gemacht da oben sitzt einer ne Ah der hat mich noch erwischt der hat mit Akimbo gespielt Spaß da habe noch 2 Kiss ich habe meine Reaper dann helfe ich dir mal deswegen camp ich jetzt hier hast du eine Drohne danke und eine Konterdrohne Konterdrohne ist in der Luft gut gemacht ja wird angetubt Aufklärungsdrohne in Bereitschaft wiederhole Aufklärungsdrohne in Bereitschaft noch ein Kill Achtung feindliche Vorräte Aufklärungsdrohne online Fick dich Fick dich mit deiner KSP Fick dich einfach mal Wir haben hier den Kill klaut aber ich habe meinen Reaper gekriegt soo soo c126 soo hier die zerstört mit einer Reaper-Rakete also die Reaper macht ja die Reaper macht ja No Kill Alter dieses lag jetzt auf einmal gut schön kaum kitzel mit der Rebo gemacht weil die Scheiße ist der liegt dem Regenator und da kämpft noch einer 13 38 Alter, wie die campen, siehst du das? Auf der Map Alter, wie die nur campen Ich hab grad einen mit einer Flash ge... ... oder so gekillt oder Verschütterungsgranate Meine Wurfmesser treffen gar nicht mehr Nicht Nicht Okay Äh, gewonnen! Flottlos und die Downs sind die Besten Ja So, Leute Die Beschreibung von Flottlos.TV werde ich euch einsetzen und ich hoffe, ihr werdet es euch oft angucken und die Flott-Tipps zu Herzen nehmen Hoffe ich auch Na dann, verabschieden wir uns recht herzlich und ciao Tschüss